Samstags ist Tierzeit bei Vox Up. Hallo, du bist aber sehr niedlich. Ob niedlich, flauschig, exotisch, imposant oder sportlich. Ich hoffe, ich habe nie mal mehr abgeschossen. Hier gibt es für jeden das passende Programm. Hast du noch was rein? Ein Termin, ja. So, auf geht's. Spannende Action. Das ist ein doofes Gesenk, ne? Du hast, jetzt geht's los. Abenteuerliche Herausforderungen. Super. Und emotionale Fälle. Das ist eine komplizierte Fraktur. Wenn es der eigene ist, ist man emotional einfach betroffen. Der tierische Samstag bei Vox Up. Die Free-TV-Premiere. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich passe meine Rezepte an, damit sie in jedes Budget passt. Jamie auf Sparkus. Sehr viel Geschmack für wenig Geld. Sieht das nicht klasse aus? Jamie Oliver günstig genießen. Heute 16.25 Uhr. Und streamen auf RTL+. Die Free-TV-Premiere. Sie sind jetzt Oberarzt. Sie müssen jetzt auch schwere Entscheidungen allein treffen. Ich schaffe das. The Good Doctor. Heute 18.15 Uhr. Am selben Abend. Das Edelrestaurant Leuchtturm ist brechend voll. Chef Hauke Peters hat mit einem neuen Konzept.